ja da bin ich auch noch mal hallo youtube und zwar sieht man jetzt immer meine ganzen stromverteiler ich habe jetzt hier alle stromverteiler außer zwei stück die noch im zimmer sind alle mal hier im wohnzimmer ausgelegt hier welche da welche da welche da welche da welche der ist auch geil hier mit 63 ampere hier sind welche so ist das ganze ausmaß und ein paar will ich mir ein paar stromverteiler kaufe ich mir noch so 3-4 stück hole ich mir noch ok dann sage ich mal bis zum nächsten mal für noch einmal drüber